Ich hab die Geisterbox, ich hab das Temperatur. Und die Taschennappe, ne? Und die Taschennappe, genau. Perfekt. Foxy? Entschlüsseln. Herber UV. Buch. Und bisher noch nichts. EMF nehm ich noch mit. Ich geh mit Lucy mit. Also ich hab schon definitiv einen Geist gefunden. Sie liegt vor mir. Wow. Na danke. Wieso bin ich denn so hell? So weiß? Durchsichtig. Hä? Wie? Wo? Hä? Durchsichtig? Wir gehen links, Lucy. Links? Ok. Ja. Das ist auch noch die Sporthalle. Da ist Foxy grad drin. Hier ist ne Tür offen. Ach ne. Die hat gar keine Tür, der Raum. Sorry. Halt die Kuschen. Sei leise. Was fragt sie da? Sei leise. Ne, hier ist kalt. Kalt? Kalt? Also was das angeht, was wir danach suchen. Wenn wir was danach suchen, ist das dann... Achso. Ja, dann gehen wir hier in den nächsten Raum. Es reicht meistens, wenn du so im Eingang so stehen bleibst, so hier vorne, so in dem Bereich. Das reicht. Das reicht meistens schon. Wenn da sich nichts ändert... Ja, hier. Hä? Hier. Also hier ist 13,1. Ne, das ist... Das ist noch nicht. Das war hier drunter. Gerade wo wir hier reingegangen sind. Ja, das ist hier. Hier sinkt das nämlich unter 13. Ok. Dann haben wir schon den Raum. Aber auch nur hier vorne irgendwie, in dem Bereich. Ja, das kommt manchmal wieder Zeit. Foxy? Also wieviel gerade fährt es? Unter 10. Jetzt gerade 11. Wir sind auch in der Nähe vom Eingang. Wenn du vom Eingang einfach links gehst... Die zweite Tür links. Licht aus, Lucy! Licht aus! Sonst kann der nicht... Sonst kann der nicht antworten. Wir sind da. Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen! Au! Aber du hast es auf Deutsch eingestellt, ne? Du hast das Sprachpaket. Aber das kann sein, dass sie das vielleicht nicht hat. Gib mir ein Zeichen! Lucy! Nicht so nah ans Mikro, bitte! Entschuldigung! Das ist A-Cloud! War das gerade sein Step oder war das gerade Foxy Step? Ich stehe hier. Ich mach nichts. Ich hab gerade irgendein Step gehört. Das klang jetzt nicht ganz so nach Geist. Ja. Ein Step. Also doch ein Geister-Step. Jetzt steppt er da. Oh! Oh! Geil! So. Oh, Lucy! Entschuldigung! Gib mir ein Zeichen! Gib mir ein Zeichen! Au! Du bist immer so nah am Mikro! Wo bist du? Funktioniert die Spiritbox überhaupt bei dir? Wo bist du? Was? Nein, da passiert gar nichts. Dann nicht. Er mag mich nicht. Nein, ich glaube einfach du hast die Sprachausgabe. Beziehungsweise Spracheingabe. Nicht auf Deutsch. Das ist ihr. Gib uns ein Zeichen! Oh! Was? Was? Au! Gib uns ein Zeichen! Wie gesagt, Lucy, Zeichen geben ist nicht über Geisterbox möglich. Auf jeden Fall war Geisterbox auf jeden Fall. Ja. Gib uns ein Zeichen! Schließe die Tür! Ich habe den EMF extra da hingelegt, falls das Telefon klingelt. Dann kann ich es ja immer noch da hinlegen. Ich wachse wieder zurück, wenn ich den Raum verlasse. Aber das ist so zu meinem. Ich habe den mitgenommen. Einer sollte jetzt eine Videokamera mitbringen. Und sowas. Auf jeden Fall haben wir keine Fingerabdrücke. Was? Ist Lucy gerade ernsthaft alleine raus? Ja gut, okay. Wir sind eh nah am Eingang. Also... Passt schon. Wollte ich nicht sagen, ne? Dann geh ich mal mit raus. Und sorry, dass du mit Senpai musst sie einfach verbringen. Ah gut, ich habe ja gesagt, wenn, dann in der Schule. Ja. Jetzt weiß ich, wieso du die Highschool wolltest. Also sorry, Foxy, es war wohl meine Schuld. Da hat Foxy gerade ein Foto gemacht. Da hat Foxy gerade ein Foto gemacht. Ja. Gib uns ein Zeichen. Ich geh mal auf deine Cam, Foxy. Ja, ich bin drauf. Negativ. Komm, weiter links. Ja, Orb. Orb. Wieso sag ich das doppelt, Alter? Wir haben... Ja, sorry. Shade. Shade wär schön. Du wolltest ne Videokamera. Ja, jetzt haben wir schon einen Orb. Okay. Ja, mit der Videokamera siehst du leider nur die Orbs. Nur... Genau. Es ist halt oft so, dass du über die Kopfkameras... Anwachsen? ...die gar nicht sehen kannst. Dann drehen. Dann passieren. Jure ist gefrierte Maraturen. Die haben wir nicht. Es scheint ein Shade zu sein. Ey! E. 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 Gibt uns ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist die alte Dame mit der Sichel. Mhm, okay. Und Lucy war auf einmal weg. Äh, was? Lol. Ich hab Lucy nicht mehr mehr gesehen. Lucy, Lucy, nimmst du bitte die beiden einmal mit rein? Ich brauch noch zwei andere Sachen. Komm Lucy, ich geh mit dir zusammen rein. Okay. Dir passiert schon nichts. Dir kann erst dann etwas passieren, wenn ich sage, Hand. Oder wenn Foxy sagt Hand. Telefon. Jo. Wenn der Geist da einfach nur steht, passiert dir nichts. Der zeigt sich lediglich. Okay, wo soll ich das Seinfeld tun? Auf dem Boden verstreuen mit Rechtsklick. Müsste Rechtsklick sein. Oder Foxy? Mit F, okay. Sorry. Im ganzen Raum bitte. Im ganzen Raum bitte. Mit genügend Abstand. Nicht hier hinten zwei. Nicht hier hinten zwei. Das ist... Das ist... Genau. Lauf halt in mich rein. Ja, genau. Hier noch einen dritten. Und die anderen drei bitte weiter hier vorne so. Hier vorne großzügig im Raum verteilen. Du hast nämlich pro Dose nur dreimal Salz. Das ist der Foxy. Wenn du noch eins hast, hier mit dich vielleicht noch. Halt dich vor. Okay, gut. Und jetzt kannst du beides mit G wegschmeißen. Hatten wir jetzt ein Geisterfoto? Ich guck doch gerade. Ich guck doch gerade. Ja, haben wir. Okay. Falls du noch ein Fotoapparat brauchst. Bitteschön. Oh, ich wollte gerade sagen, das war wohl zu spät. Ja, war zu spät. Ja, ich habe schon reingeguckt, deswegen habe ich es gesagt. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich, du alte Gichthüfte. Das ist meine Foxy. Wie Slybrood lebt. Und wie wir sie alle lieben. Zeig dich, Arthritis Schrulle. Okay. Oh, hallo. Tür. Schönen guten Tag, alte Dame. Ach, Lucy ist jetzt diesmal da geblieben? Okay. Ja. Tschüss. Finde ich gut. So, wir brauchen nur noch das Waschbecken und das kriegen wir wahrscheinlich sowieso nicht. Na? Ist jetzt kein EMF5. Waschbecken? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ah, sie ist hier durchs Herz gelaufen. Senpai! Ach, Lucy. Übrigens, Lucy noch einen kleinen Tipp zu diesem Geist, wenn es ein Shade ist. Immer bei Foxy bleiben. Dann hantet er nicht. Dann bist du komplett sicher. Sie steht da einfach nur in der Ecke. Naja, ihr solltet nicht zu viel Abstand haben. Haben wir doch letztes... Wir stehen gerade nebeneinander und sie steht da hinten. Okay, dann passt das ja. Nicht, dass wir sowas wie beim letzten Mal haben, ne? Shade und der Hantet trotzdem... Äh, sie steht schon wieder vor uns. Ja. War ein 7er Ausschlag, allerdings sind sie halt nicht von... Doch, ich hatte einmal von 0 auf 4 hoch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon eine EMF5 gehabt. Boah, die zeigt sich hier jetzt gerade im Sekundentakt, ne? War jetzt schon halt normal. Ja. Wow. Und sie will jagen. Oh ja, du hast nur noch 10% und Lucy noch noch 17. Sie plackert die ganze Zeit, aber sie jagt noch nicht. Sie kann nicht jagen, weil ihr beide zusammen seid. Ja. Deswegen, die ist richtig aggro deswegen. Ja, zweimal deswegen. Wenn ihr kurz zur Tür rauskommt, werfe ich euch Sanity Pillen hin. Ich will da jetzt nicht reingehen, weil da bin ich alleine und dann hantet sie. Na ja, dann, lass raus. Und zusammen bleiben, ne? Bloß nicht voneinander trennen. Immer nah beieinander bleiben. Feliz Navidad. Die Alte ist Platz. Oh nein. Fuck. Äh, Entschuldigung. Lucy, 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 komm, 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 komm zu mir. Vereil dich, lauf. Mit der Shift-Taste laufen, Lucy. Shift gedrückt halten und laufen. Komm hier rein. Ducken. Verstecken. Wir waren zusammen, ne? Nicht mal zwei Meter entfernt. Vor allem, ich habe hier vor der Treppe gestanden und gewartet. Draußen. Ich glaube, es ist sicherer, wenn wir hinten rumgehen. Also Seiteneingang. Okay. Oder vielleicht, wenn wir schnell genug sind. Ja. Einmal schnell nehmen. Lucy hinter dir. Du bist gerade dran vorbei. Oh, schon wieder. Wo seid denn ihr jetzt? In der Bücherei. Du bist mit Foxy in einen Raum gelaufen. Hab ich gesehen. Ich bin einen Raum weiter. Wir trauen um dich. Hä, wieso? Ich hätte auch durch die Schule laufen können und den Shade einfach mitnehmen können. Das wäre dem egal gewesen. Genauso wie mir. Das würde ich auch mal nicht machen. Geht doch schon was an der Hüfte. Ach, das ist mir doch egal. Du merkst doch, dass sie laufen will. Telefon. Hi. Hi. Ach, Foxy ist einfach komplett alleine vorgelaufen. Ja. Da war auch gerade wieder EMF-Ausschlag. Hab ich gehört. Ja, ein EMF-5 war das sogar. Mhm. Ich weiß. Ich sehe es. Hä? Ihr habt doch die Pin... Ihr habt doch die Pin genommen. Ja. WTF? Alter, wieso ist das schon wieder so niedrig? Hast du die Pillen gepuncht? Nein. Hä? War das nicht das gute Zeug? Gib's zu! Ich sag nichts mehr dazu. Wie kommt das denn bitte hin? Geh stehe! Ich hab nichts getan. Haben wir schon die Kettware bekommen? Das weiß ich nicht. Ich hab die selbst nur von meinem Abholer. Dann wechsel den. Der bekommt einen Schatz. Entschuldigung. Vielen Dank.